Servus Freunde und herzlich willkommen! Ein ganz kleines Infovideo und zwar, wenn alles gut geht, dann gibt es morgen ein neues Real-Life-Video auf meinem Kanal, auf dem Dampo-Dude-Kanal. Also gerne mal vorbeigucken, einschalten und dann seht ihr richtig, richtig cooles Pizza-Video. Also da gibt es richtig viel zu sehen. Wer die Fotos auf Instagram noch nicht gesehen hat, der kann da seine helle Freude haben. Also einschalten, nicht vergessen. Liken, abonnieren, teilen, alles. Und tschüss. Zwei.